Hihihi, du bist noch heute, ich bin Adler. Ach komm! Ich kann fliegen! Toll, du kannst wenigstens fliegen. Toll. Was hat Feiner Scammer gesagt? Lass nicht ein Vogel sein, ich will die Leute auf dem Kopf scheißen. Ich bin ein Stück gegen Mauer geflogen. Soll ich sagen, wie du noch sterben kannst, wenn du ein bisschen Spaß hast? Ich bin tot und bin im Kamm ausgelandet. Lol. Ne, der trinkt. Ja, dann stirbst du auch. Hau ab da! Ich ruch dein Auto! Ich ruch's in meinem Mund. Voll crazy, ich bin jetzt hier gelaufen. Äh, ich will... Solange der andere mich nicht tötet, würde ich... Ich hab mir jetzt irgendein Auto geklaut jetzt. Ne, ich versuchte grad irgendeinen Berg hochzulaufen. Nimm er die zum Wasser kommen? Du hast meine Karre geklaut, ja und? Ne, jetzt hast du Kopfgeld, lol. Du kannst was erleben. Ich fahr jetzt mit meinen Kollegen, und mein Kollege braucht sowieso Geld. Für... äh, ah ja, der heißt... Jetzt ein Hund. Alter, kann ja nicht den Hund noch rüberfahren. Ah ja, halt die, äh... Hier kommt das tragische Leben eines Pfiffis. Er spawnt auf der Straße und stirbt. Oh, Muscle Car, hübsch. Oh oh, oh oh, oh oh, au! Aaaaah! Jetzt wurde ich von einem Auto überfahren. Wie tragisch! Und somit endet dieses Video. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschü tschü!